Zeuge Hanoch Hadash, Israel, Mechaniker, 53 Jahre, 140. Verhandlungstag, 4.3.1965 Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Wenn das gewünscht ist, bitte. Ja. Herr Hadash, Sie waren ebenfalls im Konzentrationslager Auschwitz. Ja. Können Sie uns sagen, wann Sie hingekommen sind und wie lange Sie dort geblieben sind? Ich bin nach Auschwitz gekommen, am 12. November 1942. Am 12. November 1942, danke schön. Und wie lange sind Sie geblieben? Bis dem 18. Januar. 1945. Ja. Und wo waren Sie da im Einzelnen untergebracht in Auschwitz? In welchen Blocks? Das erste war ich hingebracht am Block 15. Block 15. Wie lange waren Sie dort ungefähr? Bis das Lager übergetragen wurde in B2. Das war noch das alte Lager. Block 15, das war das Stammlager. Aber das war noch das alte Lager. Das war das Stammlager unten an der Kommandantur? Das war das Stammlager für Männer. An der Kommandantur? Nein. Oder ist das schon in Birkenau? Birkenau. Das war auch schon in Birkenau? Ja, das war bei. Ich war gleich runtergebracht nach Birkenau. Aha. Das war B1A. B1A, ja. Ja. Sie werden uns vielleicht nachher an der Karte einmal die einzelnen Unterkünfte zeigen können, wo Sie untergekommen sind. Vielleicht gehen Sie gleich einmal hin. Also wenn Sie links unten sehen, dieses braune Gebäude, das ist das Eingangstor, wo nachher die Bahngleise durchgeführt worden sind, ja? Können Sie sich orientieren? Ja. Und nun waren Sie zunächst in B1A, das ist links unten vermutlich, links unten links, da, ja. Und da ist... Ja, ja, ja. Da war der FKL und hier war der MKL. Und ich war hier ungefähr, dieses Block war das. Aha. Also waren Sie doch in B, B1B. B1B. B1B, jawohl. Und wo war da der Block Nummer 15? Hier war der. Da. Ja. Also Sie konnten von Ihrem Block aus die Gleisanlagen nicht sehen? Nein, der Gleis war noch nicht da. Die war noch gar nicht da. Die Gleis war noch zwischen Auschwitz und Birkenau. Ja. Ja, ganz recht. Das war die alte Rampe. Und wie lange blieben Sie nun im Block 15 untergebracht? Ungefähr? Im Block 15 war ich ungefähr zwei Monate. Zwei Monate. Und nachher war ich übertragen im Block 9. Auch in diesem B1B? Ja. Der Block 9 war hier. Ja. Block 9. Und wie lange waren Sie da etwa? Im Block 9 war ich, ich glaube, bis zur Übertragung. Das lag... Bis zur Einrichtung des Männerlahres B2. Das Männerlahre B2. Ja. Und wissen Sie noch ungefähr, wann das war? Nein, das kann ich sich nicht erinnern. Noch ungefähr im Jahr wen? War es noch 43? Nein, das war im 43, weiß ich. Aber das Monat... Nein, war das nach dem Winter zu oder war es im Sommer? Nein, das war mehr zum Sommer. Mehr zum Sommer. Ja. Sommer, Herbst ungefähr 1943. Da kamen Sie nach B2 und zwar in das D, nicht Dora, ja? Ja. Und in welchem Block waren Sie da? Das erste war ich übergetragen am Block 7. Ja. Vom Block 7 war ich übergetragen nach 12. Ja. Wie lange waren Sie ungefähr im Block 7? Nicht lang. Ein Monat und weder zwei Monat. Sind Sie also noch im Jahr 43 weggekommen dort, von Block 7 nach Block 12? Ja. Ja. Ein Monat später. Ein Monat später, ja. Und wie lange waren Sie dann in 12? Das kann ich sich nicht erinnern. Blieben Sie bis zum Schluss dort? Nein. Wo kamen Sie denn dann noch hin? Ich war noch im Block 16. Block 16, ja. Und ich war auch im Block 28, 25, ich erinnere mich nicht genau. Ja. Ich war noch übergetragen von einem Block. Und nachher kam ich wieder in Block 16. Ja. Und von Block 16 aus haben Sie das Lager verlassen. Ich kann es sich nicht erinnern. Können Sie sich nicht erinnern. Dann nehmen Sie doch wieder Platz. Nun, Herr Hadasch, haben Sie in Block B2D auch den Angeklagten Baretzki kennengelernt? Ja. Wollen Sie uns sagen, in welchem Block? Der Baretzki war ein Blockführer, der hatte einige Blocken gehabt. Ein Blockführer war nicht nur für einen Block. Ja. Er hat einige Blocken gehabt. Aber ich kann nicht sagen, was für einen Block er hat gehabt. Ja. Aber ich kann ihn als Blockführer. Ja. Und wieso haben Sie seinen Namen kennengelernt und wieso können Sie sich so genau auf ihn erinnern? Das war so, wenn wir haben gekannt, die SS, zum Beispiel, wenn ein SS-Mann hat sich ins Lager gefunden und man hat ihn gebraucht. In der Blockführerstube ist ein SS-Mann rausgekommen und der hat gerufen. Blockführer Baretzki und der Zweite. Da musste das ganze Lager schreien und rufen. Und so kann ich den SS-Mann. So haben Sie seinen Namen kennengelernt. Ja. Und Sie haben auch seine Person kennengelernt auf diese Art und Weise. Ja, er ist mir gut bekannt. Sie sind gut bekannt. Hatten Sie denn persönlich einmal mit ihm irgendeinen Zusammenstoß? Einmal habe ich einen Zusammenstoß. Und wollen Sie uns das mal bitte schildern? Bitte? Wollen Sie uns das bitte einmal sagen, was da gewesen ist? Das war mein Sonntag, erinnere ich sich. Ich war an einem Block. Die Kommandos sind nicht ausgeregt. Dann war ein Regen. Da bin ich von meinem Block raus und ich folgte eben an den zweiten Block. Und Baretzki ist an der Lagerstraße gegangen. Und er hat mich bemerkt, ich habe ihn nicht bemerkt. Dann ruft er mich zu und fragt mich, warum hast du die Mütze nicht abgenommen? Das habe ich bemerkt. Habe ich bewissern nicht zu antworten. Dann bekomme ich ein Uhrfeig. Einen und noch einen. Ich verstehe nicht. Er hat gesagt, warum hast du die Mütze nicht abgenommen? Ja. Und Sie haben gesagt, ich habe ihn nicht bemerkt. Ich habe ihn nicht bemerkt, weil ich bin durch von einem Block im zweiten. Ich bin von 14 an 16. Da muss ich nicht an der Lagerstraße kommen. Ja. Da ist es ein Block neben dem anderen. Dann habe ich ein paar Uhrfeigen bekommen von ihm, ja. Und dann bin ich zum Boden gefallen. Da hat er mich nur mit dem Fuß ein paar Mal gegeben. Aber das war ein großer Regen. Ich weiß nicht, mit was das wohl sich verendet. Es war kein Regen. Und er lasst mich liegen und ist weg. Das, was ich begegnet mit Baretzki habe. Das war wann ungefähr gewesen, Herr Haddash? Das wird haben gewesen im 43. Jahr. Das weiß ich. In Monaten, das kann ich nicht vorstellen. Sie meinen, es wäre noch 43 gewesen? Ja. Sie sagten ja, dass Sie im Sommer bzw. im Herbst 43 nach diesem neuen Lager B2 gekommen wären, B2D. Und da wären Sie erst in Block 7, dann in 12 und dann in 16 gewesen. Aber nicht im Herbst, habe ich gesagt, 43. Sondern? Am Frühling. Also Sie hatten gesagt, es war mehr Sommer. Mehr Sommer. Mehr Sommer. Und Sie kamen also im Herbst oder im Jahr 43 noch auf Block 16. Und wie sich das mit Baretzki abgespielt hat, da waren Sie auf Block 16. Entweder Block 16 oder Block 14. Entweder 14 oder 16. Nun, seit wann ungefähr kannten Sie denn die Person des Angeklagten Baretzki? Ich kann den Baretzki von einem Tag, ich glaube, das war in der Zeit, wenn wir sich übergetragen von einem Lager in dem anderen. Von dieser Zeit aus kann ich Baretzki. Aha. Nun, haben Sie ihn noch bei anderen Dingen erlebt, mit Ausnahme dieser Sache, die Sie eben uns erzählt haben, von sich persönlich? Ja. Und erzählen Sie mal, was Sie da noch erlebt haben. Ich habe dann gearbeitet an das Kommando Zerlegerbetrieb. Zerlegerbetriebe. Ja. Ja. Und ich war dann auch, das Kommando war am Block 16. Und Sie marschierten dann immer zur Arbeit raus? Ja, zusammen. Zusammen. Es waren ein paar hundert, ungefähr tausend, vielleicht mehr von tausend Häftlinge waren Angehörige zu diesem Kommando. Und wo war dieser Zerlegerbetrieb? Wo mussten Sie dahin marschieren? Wir mussten aus dem Lager, nach dem Appell, ausmarschieren und zur Arbeit. Ja. In der Hundeschaft waren wir marschiert. Ja. Dann einmal hat etwas passiert in diesem Kommando. Ich weiß nicht genau, was passiert. Wir haben angeregt in das Lager. Der erste paar hundert Centen durch. Und die Übrigen sind nicht stehen geblieben. Man hat angehalten, in der Nähe von der Küche, zwischen der Schreibstube und Küche und der Blockführerstube. War das beim Wieder-Zurückkommen ins Lager, von der Arbeit? Ja, von der Arbeit. Ja. Dann sind wir gestanden, die ersten paar hundert Centen durch. Und ich war schon zwischen dem, was sind geblieben. Und wir sind gestanden, ein paar Stunden zwischen der Zeit. Und dann ist Baretzki angekommen. Und es waren noch zwei SS-Männer, die haben den Weg abgesperrt, zwischen dem Zaum und der Schreibstube. Das war ein Durchgang. Und Baretzki ist mit einem Stock angekommen. Und er hat angefangen zu schlagen, bevor er in das Wasser zu springen. In welches Wasser? Das war ein, so ein Bassin. Und zu welchem Zweck war das ausgehoben? Ich glaube, das war für die Feuerzeuge, Feuerwache. Ein Feuerlöschbecken. Damit Wasser da war zum Löschen. Ja, das Wasser war vorgebreitet zum Löschen. Wie tief war denn ungefähr dieses Bassin? Bitte? Wie tief war das ungefähr? Wie tief kann ich nie sagen. Ich habe niemand im Grunde gesehen davon. Wissen Sie, ob ein Mensch darin stehen konnte? Oder ob es tiefer war? Ich glaube, das war viel tiefer. War viel tiefer, meinen Sie? Und der Baretzki kam mit einem Stock an? Ja. Und was hat er dann gemacht? Er hat befallen, in das Wasser zu springen. In der ersten Hundert, die gestanden sind, in der Nähe von diesem Bassin. Und die Leute haben am Anfang nicht ausgefeilt, den Befehl. Aber der hat angefangen zu schlagen. Und die Leute fangen an zu springen. Einer der Zweiten hat angefangen zu schnippen. Und die sind daran in das Wasser. Die ersten sind dann durch. Wir sind dann in das Wasser gespringen. Aber die andere ist einer auf dem Zweiten gespringen. Und ich habe gesehen, dass man hat aus dem Wasser rausgeholt, drei Tote. Ertrünken. Und wir sind noch gestanden nach dem Appell. Es hat noch gefehlt. Dann haben die Feuerwache, haben gebracht, Hocken. Und noch gesucht in dem Wasser. Aber ich habe nie gesehen, dass man noch rausnehmen soll. Aber man hat gesagt, dass noch zwei hat man in diesem Bassin gefunden. Tote. Hat man gesagt. Das haben Sie nicht mehr mit angesehen. Nein, drei habe ich gesehen. Drei haben Sie mit angesehen. Ja. Und was war denn nun der Anlass dafür, dass diese Prozedur da vorgenommen wurde? Warum hat man die denn da reinspringen lassen? Und warum hat man überhaupt den ganzen Trupp angehalten? Sie haben doch gesagt, Sie waren im Marschieren. Ja. Und plötzlich wurden Sie angehalten. Es hat etwas passiert in diesem Kommando. Ich weiß nicht. Jemand hat gefehlt. Und man hat ihn gesucht. Nachher hat man gesagt, dass ein Russe ist am Schlafen. Und man hat ihn nachher gefunden. Aber zwischen der Zeit hat man uns angehalten. Beim Tor. Und was genau, was es war, das kann ich nicht sagen, weil ich weiß es nicht. Jetzt bitte gehen Sie doch nochmal an die Karte und zeichnen Sie uns, wo dieser Löchtheich gewesen ist. Das war die Küche. Also das Lager D, nicht? Das sehen Sie ja da. Das ist D. Ja, da hier war ein Durchgang zu der Rampe. Ja. Das ist das D-Lager. Ja. Das ist die Küche. Ja. Das ist die Block 4-Stube. Das wird sein, der Barsen. Das ist die Schreibstube. Ja, ist das der Barsen. Wenn das bezeichnet als Barsen ist, ist das Barsen. Hat das der blaue Fleck da? Ich meine das ja. Es ist kein anderer Punkt auf diesem Platz. Ja. Nur der Barsen war hier. Also dieses querstehende Gebäude war die Küche. Hier, das. Das da, ja. Das war die Küche. Ja. Und das auch eine Küche. Das auch eine Küche, ja. Und Sie meinen, dieser blaue Fleck, das sei das Barsen gewesen. Ich weiß nicht. Ich kann das nicht sagen. Ich möchte sagen, dass der Barsen war noch etwas mehr hier, Herr Lerner. Ja. Das war nicht direkt an der Mitte. Ja. Ja, das geht ja weiter. Dann nehmen Sie bitte wieder Platz, Herr Zeugen. Und wann kann das ungefähr gewesen sein, was Sie uns da eben erzählt haben? Ja, das ist mir schwer zu sagen. Das war, entweder war das im Herbst 43 oder 44 im Frühling. Ja. Es war noch kalt, sodass ich kann nicht sagen, wann das war. Ja. Nun, sagen Sie mal, Herr Zeuge, wieso sind die Leute da ertrunken? Konnten die nicht mehr heraus aus dem Barsen, weil das zu steil war? Oder hätten sie herausgekonnt und hat man sie daran gehindert? Oder was war der Grund? Nein, nach meinem Meinung ist das, weil einer ist gesprungen auf dem zweiten. Ja. Weil diese waren schon in diesem Wasser und die wollten auch raus. Dann kannten die nicht, weil die anderen sind auf die raufgesprungen, weil die haben Schläge bekommen von unten. Ja. Ist einer auf dem anderen gesprungen. Ja. Und auch wenn das Wasser tief war, dann waren doch auch Leute, die nicht schwimmen können. Ja. Es waren auch zwischen vielen Musulmänner, sogenannte Schlager. Und so ein Mensch, wenn der ist im Wasser ran, dann kann er auch nicht raus. Nun sagen Sie bitte, was hat denn Baretsky während dieser Zeit gemacht, während die Leute da in diesem Barsen drin waren? Baretsky ist an der Ecke gestanden und wenn jemand wollte von dieser Seite raus, hat er ihm mit den Fuß an die Hände getrampelt. Er hat ihn auf die Hände getreten, damit er nicht raus konnte. Nein. Dann versuchte man wieder nach vorne durchzukommen. Ja. Aber das waren viele Leute, nicht alle sind mit einmal von der anderen Seite raus. Also da ist gar kein Zweifel darüber, dass das Baretsky war, der das angeordnet hat und Baretsky, der auch da gestanden hat und den Leuten auf die Finger getreten hat. Ja. Da haben Sie keinen Zweifel darüber. Keine Zweifel habe ich daran. Ich kann Baretsky und ich habe Baretsky gesehen. Ja. Nun, haben Sie sonst noch einen Vorfall erlebt, bei dem Baretsky sich in ähnlicher Weise vergangen hat? Ja, ich kann noch einen Fall mit Baretsky. Das war im Jahr 1944. Ich habe dann gearbeitet bei der Straßereinigung, entweder in der Nähe von der Küche. Wir haben Mist geladen an der Rollwaage. Dann ist Baretsky auch in die Lagerstraße gegangen, in der Nähe von dem Lebensmittelmagazin. Und dann war ein Häftling dort, der hat sich rumgeschleppt. Hat Baretsky ihm zugerufen. Und er hat ihm ein Uhrfeig in das Gesicht gegeben. Das habe ich gut gesehen. Das war ungefähr von mir aus 10, 15 Meter. Dann wollte der Häftling sich das Gesicht mit der Hand verstellen. Dann habe ich gehört, Baretsky hat geschrieben, was wirst du ein SS-Mann schlagen? Und dann hat er ihn wieder noch einmal ins Gesicht und noch einmal, ein paar Mal. Das Blut ist ihm gleich gekommen. Der ist niedergefallen. Dann hat er ihn mit dem Fuß ein paar Mal in die Brust geschlagen. Und nachher hat er eine Schaufel genommen und mit dem Holz von der Schaufel in meinen Hals gelegt und mit dem Fuß getrampelt, bis der Mann tot war. Der Mann lag auf dem Boden? Der lag auf dem Boden, ja. Auf dem Boden. Und er hat ihm den Schaufelstiel über den Hals gelegt? Nicht mit dem Schaufel, mit dem Holz. Mit dem Stiel, ja? Ja, mit dem Stiel von der Schaufel auf den Hals gelegt und mit dem Fuß getrampelt. Bis er tot war? Bis der tot war. Und das haben Sie gesehen? Das habe ich gesehen. Ich habe auch gesehen, wie man den Mann weggenommen hat. Und Sie waren etwa 10 bis 20 Meter entfernt? Nein, 10 bis 15. Das waren keine 20 Meter. Waren keine 20 Meter? Nein. Das war 44, sagten Sie, nicht? Sie meinen, es wäre im Frühjahr 44 gewesen. Da kann ich sagen genau, wann das war. War das vor dieser Geschichte mit diesem Löschleit? Nein, das war nach der Geschichte. Nach dem Löschleit? Das war nach dem, ja. Das war in der Zeit, wenn die Transporte aus Litzmannstadt kamen. Das könnte man, Herr Staatsmann, vielleicht doch mal in den Auschwitz-Heften nachsehen, wann die Transporte von Litzmannstadt gekommen sind, um da eine zeitliche Begrenzung zu haben. Also, Herr Zeuge, Sie wissen genau, dass das, was Sie uns heute hier gesagt haben, unter Umständen von größter Bedeutung sein kann, nicht? Ja. Und Sie wissen auch, dass Sie sich nicht irren? Nein, nein. Ich kann nur ein Irrtum haben mit der Zeit. Mit der Zeit. Aber das, was ich sage, das habe ich gesehen und auch mitgemacht. Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Bitte schön. Nur noch einige allgemeine Fragen, Herr Hattas. Aus welchem Ghetto sind Sie nach Auschwitz gebracht worden? Von wo? Von wo kamen Sie? Ich kam aus einem Staat Malawa. In Polen? Von Polen, ja. Haben Sie jemals gehört, dass der Angeklagte Baretzki Polnisch oder eine andere Sprache als die deutsche Sprache gesprochen hat? Wie? Baretzki. Baretzki. Einige Werte habe ich gehört von ihm. In welcher Sprache? Der hat auch einige Werte geschimpft im Polnischen. Im Polnisch? Und auch einige Werte im Jüdisch. Jüdisch? Ja. Aber nur einige Werte. Aha. Haben Sie zufällig einen Häftling namens Döring gekannt? Döring in Polen? Oder Lazzanovic? Einen Moment. Der hat in den Selegerbetrieben gearbeitet? Die haben auch beide in den Selegerbetrieben gearbeitet. Aber es war ein großes Kommando. Es wäre Zufall, wenn Sie sie gekannt hätten. Sie kennen sie nicht. Wenn das der Döring ist, wenn es handelt sich in diesem Döring, Karl Döring, dann kann ich ihn. Der hat in den Selegerbetrieben gearbeitet. Hat er mit Ihnen damals in der gleichen Hundertschaft gestanden, als der Vorfall in Wasserpasseng war? Nein. Der war in der zweiten Hundertschaft. In der zweiten Hundertschaft? Ich weiß nicht. Vor, aber nach. Aber in unserer Hundertschaft, wie ich gearbeitet habe, war der nicht. Hat er auch diesen Strafappell mitmachen müssen? Das weiß ich nicht. Wissen Sie nicht. Es kann auch sein, dass er war in der ersten Hundeshaft. Das ist der erste durch. Ich weiß das nicht. Das kann ich nie sagen davon. Ich danke Ihnen. Ist sonst vonseitend des Gerichts? Bitte schön. Welche Häftlingsnummer hatten Sie? 75 007. 75 007. Danke schön. Herr Straßenver. Herr Haddash, haben Sie noch eine Erinnerung daran, ob im Zusammenhang mit diesem Vorfall am Löschteich ein längerer Strafappell durchgeführt worden ist? Das heißt, wissen Sie noch, ob Sie längere Zeit dort an Ordensstelle stehen mussten? Ja. Wir sind gestanden in ungefähr drei Stunden. Wir sind die ganze Zeit eben Appell, wie auch nach dem Appell noch standen geblieben. Ja. Also der Appell wurde durchgeführt, nachdem Sie dort eingetroffen waren und nach dem Appell mussten Sie dort noch weiterhin stehen bleiben. Ja, da sind Sie mir noch stehen geblieben. Ja. Ist es da vorgekommen, dass auch einzelne Häftlinge aus Ihrem Kommando zusammengebrochen sind, dass sie vor Schwäche umgefallen waren? Ja, das waren viele. Das waren viele? Das waren viele, weil die nach dem ganzen Tag Arbeit, dann konnten die nicht mehr mitmachen, das. Ja. Und wissen Sie noch, was mit diesen Häftlingen geschehen ist? Die mussten bleiben, solange der Appell durch ist. Und nachher werden die abgeholt, in diese Blocken zu werfen, die gehören. Ist es auch vorgekommen, dass von diesen zusammengebrochenen Menschen jemand in den Löschwasserteich hineingeworfen wurde? Nein, das ist mir nicht bekannt. Da haben Sie nichts gesehen. Danke. Haben Sie den Blockältesten Bednarek gekannt? Ja. Würden Sie bitte erzählen, wie Sie ihn kennengelernt haben und was Sie von ihm wissen? Bednarek habe ich... Bednarek habe ich... Ja, ich habe einen Freund gehabt in der SK. Ich weiß auch den Namen. Der war entweder, genau erinnere ich mich nicht, entweder klein oder kleiner. Der war in der SK. Der hat gearbeitet in der Kanalreiniger. Und der ist aufgefallen und der ist in die SK geschickt geworden. Der hat Verwandte gehabt in diesem Sonderkommando. Und der Sonderkommando war in einem anderen Block. Der war in einem vermachten Block. Dann einmal ist der Klein zu mir rausgekommen. Ich war in Block 16 dann. Und sagte mir, dass ich soll dem Cousin seinem Sagen, dem Verwandten von den Sonderkommandos, dass sie ihm etwas schaffen sollen, weil der Blockälteste fordert bei ihm. Und er soll ihn bringen. Ich weiß, Geld, Gold, er braucht haben. Schnaps. Dann habe ich gesagt, gut, ich will das begeben. Aber ich hatte nie die Möglichkeit, die Möglichkeit zu sehen. Am zweiten Tag ist er wieder zu mir am Abend nach dem Appell rausgekommen. Aber der war ganz blutig. Und er sagte mir, dass Berdnarek hat ihm zu schlagen, auch nicht Berdnarek, der Blockälteste, hat ihm zu schlagen, dass er hat ihn gar nicht gebracht. Und er hat gesagt, wenn ich ihm etwas nicht bringe, dann wird er mich totschlagen. Ich versuchte, sich zu verbinden mit den Leuten von dem Sonderkommandos, aber ich hatte keine Möglichkeit gehabt. Ein paar Tage später habe ich mit den Verwandten von ihm gesprochen. Und dann haben sie mir gesagt, dass die haben ihn gefunden zwischen den Leichen von B2D. Und das war der Häftling. Der hat ungefähr über 100.000 gehabt. Das weiß ich, genau weiß ich nicht, 110, 108. Und so weiß ich, dass Berdnarek hat ihn totgeschlagen. Ja, wissen Sie das auch, dass er ihn totgeschlagen hat? Sie haben ihn einmal gesehen, da war er blutig. Er war ganz, ganz zu blutig, ganz zu schlagen. Ja, und dann hat er gesagt, wenn ich dem nicht schaffe, den Blockältesten, dann schlägt er mich auch noch tot. Ja, so hat Berdnarek. Und dann haben sie gehört, er sei unter den Leichen gewesen. Ja, die Verwandte von dem Sonderkommandos haben mir gesagt, dass sie ihn gefunden haben zwischen den Leichen von B2D. Ja. Ob nun, oder wie der zu Tod gekommen ist, darüber haben sie nichts gehört. Sie nehmen es nur an, dass das Berdnarek gewesen sein kann, weil er das vorher schon angedroht hatte. Ja. Herr Staatsmann-Küche. Noch eine Frage. Herr Hattasch, Sie sagten vorhin, Barecki und zwei SS-Männer seien bei diesem Vorfall am Löschwasserteich anwesend gewesen. Hat nur Barecki Häftlinge dort hineingetrieben in das Wasser oder haben sich die anderen beiden SS-Leute auch in der Form betätigt? Nein. Nur Barecki. Die zwei SS-Männer sind gestanden, die haben abgesperrt im Zaun zwischen der Schreibstube und dem Stächeldrahtzaun. Ja. Da sind die zwei gestanden. Und der aktive war da nur Barecki. Nur Barecki. Herr Rechtsenwald-Ommund-Rabe. Keine Frage. Die Verteidigung. Herr Rechtsenwald-Gerhardt. Herr Zeuge, sind Sie auch von dem Angeklagten Barecki ins Wasser getrieben worden? Nein. Sie nicht. Ist es so gewesen, dass er eine ganze Kolonne ins Wasser reingetrieben hat oder einzelne Häftlinge? Der hat angefangen zu schlagen, die ganze Kolonne. Die ganze Kolonne musste sich mit einmal nach vorne recken. Und von nach vorne war das Wasser. Ja. Sie sagten, mehr als tausend Häftlinge hätten dort gestanden. Wie viel? Mehr als tausend Häftlinge. Nein, das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, das Kommando hat mehr als tausend Häftlinge gehabt. Aber einige Hundertschaften sind durch. Ja. Wie viele standen denn? Wie viele Häftlinge waren nach Ihrer Meinung denn zu diesem Zeitpunkt? Ein paar Hundertschaften sind noch stehen geblieben. Aber ich kann nicht sagen, wie viele. Konnten Sie alles genau überblicken? Bitte? Konnten Sie alles genau überblicken? Die gesamten Häftlinge, die dort aufgestellt waren? Ich verstehe nicht. Ob Sie eine genaue Übersicht hatten über die gesamten Häftlinge, die sich dort aufstellen mussten? Wir sind angeregt und schön verhalten in diesen Plätzen. Wir sind nicht stand geblieben. Haben Sie ziemlich weit hinten gestanden, Herr Zeuge? Ganz unten war das nicht. Das war mehr nach vorne. Das kann haben gewesen, eine Hundertschaft vor mir. Eine Hundertschaft vor Ihnen. Aber wir waren noch nicht gestanden so zum Appell, ja? Das haben wir jeder als noch gekannt, bewegen auf seinem Platz. Standen Sie etwa in der Mitte dieser Kolonne oder mehr nach rechts oder nach links? Mehr nach vorne zu diesem Bassin war ich. Ja. Konnten Sie dann genau sehen, ob möglicherweise hinter Ihnen oder rechts oder links vielleicht ein Häftling zusammengebrochen war? Diese Häftlinge, die zusammengebrochen waren, das war... Nein, ich möchte das mal erläutern. Der Staatsanwalt hat in diese Richtung schon mal eine Frage gestellt. Sie sagten, dass es vorgekommen sei, bisweilen beim Appell, dass Häftlinge zusammenbrachen. Hatten Sie dann die Möglichkeit, wenn dort mehrere hundert Häftlinge standen... Das war... Ja. Wieder? Das waren mehr von hundert der Häftlinge. Ja, ja, richtig. Hatten Sie dann die Möglichkeit, zu sehen, ob möglicherweise hinter Ihnen oder rechts oder links... Ja. ... ein Häftling zusammengebrochen war? Ja. Auch in der Nähe von mir hat das passiert. Ist das passiert? Da lagen Häftlingen, die waren zusammengebrochen? Ja. Danke, keine Frage. Herr Zeuge, Sie sagten, dieser Häftling Klein oder Kleiner sei ein Freund von Ihnen gewesen. Ja. War das ein guter Freund und wie lange haben Sie ihn gekannt? Ich habe ihn aus dem Lager gekannt. Wie lange ungefähr bis zu seinem Tode? Ja, das kann ich nicht sagen, wo lange. Aber ich kann ihn bevor, ein paar Monate bevor, der ist in der SK aufgefallen. Und Sie waren häufig mit ihm zusammen? Nein, ich war nicht zusammen mit ihm. Ich war nur in dieser Lage zusammen, aber nicht in diesem selben Block. Weil Sie sagten, er sei ein Freund von Ihnen unter dem... Ich weiß nicht, ob das eine Begriffsschwierigkeit... Ich habe gesagt, dass er war ein guter Bekannte von mir. Aber ich denke daran, dass ein guter Bekannte ist, auch ein Freund. Ja, gut. Wie hieß denn der mit dem Vornamen? Wer? Dieser Klein oder Kleiner? Das weiß ich nicht. Dankeschön. Sind sonst noch Fragen von Seiten der Verteidigung? Haben Sie den Vornamen nie gekannt, Herr Zeuge, oder wissen Sie ihn heute nicht mehr, dass Sie ihn vergessen haben? Nein, ich habe ihn nie gewusst. Sie haben nie gewusst. Wir haben den einen oder anderen gekannt, mehr nach der Nummer, wenn auch der Namen. Mehr nach der Nummer? Ja. Herr Zeuge, dann muss ich Sie aber fragen, wie haben Sie sich denn dann miteinander unterhalten? Sie haben sich doch nicht mit der Nummer angeredet. Mit welchem Mann? Mit diesem Herrn Klein oder Kleiner. Ja. Wenn Sie mit dem gesprochen haben, wie haben Sie sich angeredet? Ich habe vielmals mit dem gesprochen. Ja. Und zum Gespräch gehört doch dazu, dass man sich anspricht. Wie haben Sie den denn angesprochen? Wegen was kann der Häftlinge sprechen? Sie sagen doch, Sie haben viel mit ihm gesprochen. Das, was ich mit ihm gesprochen habe, dann muss ich doch jetzt in diesem Moment nicht... Das will ich auch nicht von Ihnen wissen, Herr Zeuge. Ich will nur wissen, wie Sie sich gegenseitig angesprochen haben. Sie haben doch sicherlich nicht gesagt, nur mehr so und so viel. Aber ich habe das gesagt vor dem Gericht, dass wir Häftlinge haben sich gekannt mehr nach dem Nummer als nach dem Namen. Und wenn jemand hat schon ja gekannt den Namen, hat er nur gekannt den Familiennamen. Dann weiß ich, dass der entweder Klein oder Kleiner geheißen hat. Haben Sie also im Lager zu ihm gesagt, Herr Klein oder Herr Kleiner, wenn Sie mit ihm gesprochen haben? Ich habe keine Herren. Es waren zwischen uns keine Herren. Trotzdem waren es Professoren und andere gelernte Menschen. Aber einer oder andere hat niemals gesagt, Herren. Sehr richtig. Im Allgemeinen hat man sich nämlich mit dem Vornamen angesprochen. Deshalb interessiert mich ja der Vorname dieses Herrn. Nein, da habe ich niemals mit ihm wegen keinem Vornamen gesprochen. Und ich habe ihn nie gerufen beim Vornamen. Haben Sie ihn beim Nachnamen gerufen? Ich habe ihn gekannt rufen, wenn ich schon ein Jahr ein guter Bekannte von ihm war. Klein, entweder Kleiner. Gut, danke. Ist von Seiten der Angeklagten. Pawecki, wollen Sie etwas dazu erklären? Gehen Sie vielleicht hier ans Mikrofon, damit wir Sie verstehen. Herr Präsident, dass die Schulden, die gegen mich hier gebracht werden, das stimmt nicht. Das habe ich niemals gemacht. Mit dem Teich und auch mit den Häftling da, mit den Stillebehaltlingen, habe ich niemals gemacht. Also Sie wissen, dass der Zeuge Döring und Lassanovic, ja, Lassanovic, dass Sie uns diesen Vorfall genauso erzählt haben, wie das der Zeuge eben schildert, nicht? Mit dem Löschbecken. Und Sie sagen, dass es gar nicht war? Nein, das habe ich niemals gemacht. Herr Vorsitzender, in dem Wasserbassin, er durfte überhaupt keiner rennen, er durfte mir, wie das Blockfee, wenn es Sommer nicht mal hereinspringen, wenn es warm war. Er durfte überhaupt kein Wasser anrühren. Nicht mal ein Häftling da mit dem Kleid hereinschmeißen. Also ich sehe, man durfte gar nicht in meine Badehosen hereingehen, in den Bassin, von wegen einem Häftling. Ja, zum Vergnügen dürfte er nicht reingehen, das glaube ich. Aber das sollte ja kein Vergnügen sein, sondern das sollte ja eine... Ja, was meinen Sie, wenn da keiner reinspringen, darf der Wasser von uns, da darf man heftig zehnmal keiner reinbringen. Wenn ich einen in den Wasser hineingestoßen hätte, der hätte mich ja direkt eingesperrt, in das Wasserbassin. Der darf in den Sommer nicht mal reinkriegen, das ist mal in das Wasserbassin. Also Sie sagen, das stimmt nicht und das mit dem Schaufelstiel, das stimmt auch nicht? So etwas habe ich niemals gesehen. Dann schauf ich dir ein Mensch in den Hals lege, das habe ich überhaupt nicht gesehen. So, dann nehmen Sie wieder Platz. Herr Rabe. Jetzt geht, ich habe noch eine Frage. Können Sie uns sagen, was Ihnen Ihre Dienstvorgesetzten gesagt haben über die Behandlung der Häftlinge? Wurde Ihnen gesagt, dass es Ihre Pflicht ist, besonders brutal und roh mit den Leuten umzugehen, um eine gewisse Disziplin? Ich meine jetzt nicht den speziellen Fall, der uns hier berichtet wird, den streiten Sie ab. Wurde Ihnen gesagt, dass Sie eine besonders harte Disziplin dort führen müssen, um das Lager in Schuss zu halten? Ja, und dann kann man das Lager gar nicht in Schuss halten. Das ging ja, das war ja unmöglich. Sie sind ein bisschen da durchgereift. So hätten Sie, stellen Sie sich vor, in so einem Abschnitt sind 10.000 Häftlinge. Da hätte einer ein anderes Stück Brot wehgenommen. Das wäre unmöglich gewesen, für die Leute zusammenzuhalten, wenn sie nicht da durchgegriffen hätten. Ja, und war denn Ihren Vorgesetzten bekannt, wie das aussah in diesem Lagerabschnitt zum Beispiel, wo Sie Dienst zu tun hatten? Das war denn ja bekannt, die waren jeden Tag da drin. Mit wem hatten Sie denn laufend zu tun? Mit meinem Lagerfeier. Das war damals der... Schwarzhuber. Das war der Schwarzhuber. Das ist, wenn Sie morgens vor dem Antreten sind, 6 Uhr ist Ausrichtung, halb 6 Uhr Sie antreten. Jeden Morgen ist eine Befehlsausgabe. Da ist der Chef dabei, jeden Morgen um halb 6. Der gibt dann, er sagt, was den Tag vorher gefallen ist, ja, was dann nicht in Ordnung gefallen ist, alles. Das hält er jeden Tag Ihnen vor. Er gibt ihm jeden Tag den Befehl. Und wenn der Lagerfeier nicht da ist, dann ist der Rapportführer da, der erste Rapportführer, ja. Der erste Rapportführer hat ja nicht so gründelig gemacht wie der Lagerfeier. Von dem haben wir auch nicht so Angst gehabt wie vor Lagerfeier. Sie können den Lagerfeier den ganzen Tag nicht sprechen. Sie kommen ja an den gar nicht an. Aber morgens, wenn er antritt und er die Rede haltet, ja, sein Befehlsausgabe macht, da kennen Sie ihn mal. Frage, wer hat noch eine Frage, ja. Dass Sie den einzigen Tag am Tag mit dem sprechen können, sonst können Sie mit dem nicht sprechen. So, Anreden im Lager, kennen Sie den Lagerfeier nicht. Sie dürfen ja gar nicht den anreden. Sie müssen den anreden durch den Rapportführer, müssen Sie melden und dann melden den Lagerfeier. Und dann, wenn Sie was haben können, können Sie zu dem kommen, sonst nicht. Aber was im Lager da passiert, da wurde der Lagerfeier ja Bescheid, das war ja der Viertel. Wenn Sie den Häftling ein bisschen locker gelassen haben, zum Beispiel sonntags, ja, da war Ruhe im Lager. Wenn zum Beispiel der Lagerfeier nicht da war, ja, da war sowieso Ruhe im Lager. Da sind nur drei Mann da gewesen. Aber sobald die Herren da waren, da war der Treib doch los im Lager. Der hat doch gekocht. Bekamen Sie etwa Vorhaltungen von Ihrem Lagerführer, wenn Sie Häftlinge geschlagen haben? Vorhaltungen? Ja. Nein. Sondern? Ja, was meinen Sie für Vorhaltungen? Da wurde Ihnen etwa ein Vorwurf gemacht daraus oder wurde Ihnen etwa im Gegenteil gesagt, dann tu dich nur ordentlich da durchsetzen und wenn die Häftlinge nicht parieren, dann schlagen Sie eben zusammen. Das fahren Sie dazwischen, haben Sie gesagt. Dann fahren Sie dazwischen. Ja, dann müssen Sie dazwischen fahren. Wenn Sie nicht kopieren, dann müssen Sie das fehlen, haben Sie gesagt. Weil mit Gutem war mit denen ja nichts zu machen. Sie konnten mit Gutem gar nicht anfangen mit der Häftlinge. Sie konnten mit Gutem das und das machen. Das umgedreht hat er wieder gesagt, das Gegenteil gemacht. Sie konnten sie gar nicht durchsetzen. Kannten Sie eigentlich den Angeklagten Höcker? Nein. In Auschwitz? Habe ich nie gesehen. Danke. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie uns jetzt gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Ja. Danke. Danke.